Hallo, guten Abend, schön, dass Sie alle noch da sind, nach den noch anstrengenden, aber hoffentlich interessanten Workshops. Mein Name ist Michael Lange, vom Vorstand der LRG Medienarbeit. Ich habe die Ehre, die Podiumsdiskussion hier zu leiten. Diskussionen, werden wir mal gucken, ob die zustande kommen. Sie sehen, wir haben ein riesiges Podium hier mit einer riesigen Auswahl an Meinungen, was ich natürlich aber ganz schön finde. Ich habe mir ein paar Themen aufgeschrieben, aber ein paar Themen kommen sicher auch noch aus den Workshops, so hatten wir uns das gedacht. Deshalb würde ich jetzt auch bitten, also Sie sehen zwar die Namen dann da oben, eventuell wer hier sitzt, aber so eine kleine Vorstellungsrunde nochmal zu machen. Und gleichzeitig ist den Workshop-Leitern aufgetragen worden, auch nochmal kurz zu sagen, was so die Hauptthemen in den Workshops waren. Wir hatten jetzt alle Workshops parallel, sodass Sie ja nicht an allen Workshops teilnehmen können. Deshalb diese Idee, kurz zwei Minuten nochmal zu berichten aus den Workshops und hier nochmal ein paar Themen aufzurufen. Ja, und natürlich ist es bei der Podiumsdiskussion auch so, dass wir die dann natürlich öffnen werden. Wenn Sie auch noch Fragen haben an die einzelnen Teilnehmer hier, dann sind Sie herzlich eingeladen, die auch zu stellen. Ich werde mal dann kurz anfangen mit den Workshop-Leitern. Workshop 1, das war der Workshop von Sascha Neurohr, Schüler VZ. Also vielleicht nochmal ganz kurz, nur sagen genau, also Schüler VZ kennt wahrscheinlich jeder, aber was so die wichtigen Fragen dann einfach auch in dem Workshop machen. Über den Workshop, ja. Also wir haben letztlich betrachtet, was ist so spannend an der Selbstdarstellung im Netz. Und diese Betonung, ist das denn im Netz nur so spannend oder ist das im realen Leben ja ebenso spannend, kann man da eine ähnliche Motivation herausarbeiten. Wir haben ja auch festgestellt, dass dem ja auch so ist. Letztlich ist die grundsätzliche Motivation, sich selbst darzustellen, ein Bedürfnis, das ein Mensch hat, allein schon aus seiner Entwicklung her. Also psychologisch betrachtet oder aus der Sozialpsychologie, einen guten Eindruck zu machen, das verschafft mir einerseits soziale Vorteile, das fördert aber auch, dass ich mich in meiner Wahrnehmung selbst besser wahrnehmen kann. Ich kann mich regulieren, ich lerne das dadurch und dass es im Netz auch zutage tritt. Allerdings da natürlich eine ganz andere Dimension hat. Problematisch ist da natürlich, und das können wir aus der Arbeit von Schüler VZ natürlich aussehen, dass Jugendliche sich im Netz gerne darstellen und dabei viel an ihre Freunde denken, also an ihre Bezugsgruppe denken. Weniger aber bedenken, dass das, was sie reinstellen, hier durchaus sehr öffentlich ist. Will ich natürlich nicht generalisieren, da gibt es solche und solche. Es gibtjenigen, die entsprechend wissen, wie sie mit sich auch umgehen können, aber auch wieder andere, die das gar nicht so bedenken, welchen Charakter es haben kann, wenn ich jetzt was über mich preisgebe. Das war eine der Feststellungen. Und die andere natürlich ganz wesentlich auch, dass im Netz das Risikoverhalten genauso auftritt wie im realen Leben bei Jugendlichen. Ob jetzt Jugendliche die erste Zigarette rauchen oder sich einen Vollrausch antrinken. Das kann im Netz sich auch äußern, beispielsweise sehr exekutionistisch aufzutreten. Beispiel ist sicherlich da immer sehr schwierig, gerade auch über junge Mädchen, die dann aufgrund ihrer körperlichen Veränderungen sich auch so ein bisschen pulsierend darstellen wollen. Die können das im Netz natürlich nicht machen. Und oftmals ist da sich ja auch die Erfahrenheit noch sehr klein oder sie bedenken weniger, was sie da, wenn sie so ein Foto zum Beispiel buchladen, was sie da wirklich von sich preisgeben. Und da greifen wir ja auch entsprechend ein. Gut, das wäre jetzt so grundsätzlich die Ergebnisse. Okay, danke. Dann gebe ich gleich mal Workshop 2, geleitet von Frank Rosengart, Chaos Computer Club. Ja, was war denn bei euch? Ja, also ich habe natürlich erst mal auch ganz viel erzählt, was der Chaos Computer Club eigentlich ist, was unsere Position zu sozialen Netzwerken ist. Wir haben eine sehr zwiegespaltende Position. Einerseits können wir natürlich auch immer nur sagen, Leute, passt auf eure Daten auf. Andererseits machen es die Nutzer auch immer wieder freiwillig. Wirklich ein Schwerpunkt bei den Fragen, wir haben jetzt mehr Frage-Abwort-Runde ans Workshop, aber so einen wirklichen Schwerpunkt in dem Sinne gab es nicht. Eine ganz wichtige Frage war, inwieweit die AGBs eigentlich bei den Anbietern bindend sind. Und die Frage gehe ich auch gleich mal Richtung rüber noch an den Herrn Mörs. Wie, ja, also wie binden so Geschäftsbedingungen sind, wenn es darum geht, meine wahre Identität preiszugeben. Das heißt also, die Geschäftsbedingungen der Anbieter sehen jetzt vor, dass die Nutzer verpflichtet sind, ihre wahre Identität preiszugeben. Andererseits sagen wir aber auch, dass die Leute über Jugendliche lernen sollen, mit ihren Identitäten nicht zu spielen, aber die bewusst einzusetzen. Und die Frage ist, ob es in der Pseudonymen Nutzung durch die AGBs nicht zunichte gemacht wird und ob die gesetzlichen Regelungen, die ja gerade mit Pseudonymen Nutzung von Diensten auch erlauben, ob das nicht überhaupt ein Widerspruch ist und wie man diesen Widerspruch möglicherweise lösen kann oder welche gesetzlichen Regelungen, also die Geschäftsbedingungen der gesetzlichen Regelungen da mittlerweile möglicherweise Vorrang haben. Ganz großes Problem ist natürlich, kriege ich die Daten wieder raus aus dem Netzwerk, weil sie erstmal da sind und wie gehe ich mit fremden Daten um. Das heißt also, welche Konzepte gibt es dann möglicherweise, wie also mit Persönlichkeitsrechten umgegangen ist. Wir als Chaos Computer Club haben da überhaupt keine Antwort drauf und können das Phänomen, wie alle anderen auch gerade nur von außen betrachten und wissen also nicht, was jetzt der richtige Weg ist, um Leuten, die da wirklich absolut bewusst leichtfertig mit ihren Daten umgehen, dem zu sagen, okay, passt mal auf, da müsst ihr jetzt drauf achten. Wir können eigentlich immer nur wieder einen konkreten Beispiel zeigen, okay, da ist ein Problem, da gibt es vielleicht auch einen Sicherheitsloch bei dem einen oder anderen Anbieter und Leute, behandelt eure Daten so, als wenn sie auch in der Zeitung steht. Also stellt also nur die Daten in so eine Zeitung ein, die ihr auch in der Zeitung lesen würdet von euch. Und das ist eigentlich so eine Grundregel und ja, letztendlich konnte ich da jetzt in dem Workshop auch mal nur ein paar Anregungen noch geben, wo es sich vielleicht lohnt, in der pädagogischen Praxis, also im Unterricht oder vielleicht in irgendwelchen Seminaren, auch nochmal gezielt darüber zu reden und denke anstößend eben, wie man sowas thematisieren kann. Okay, danke. Workshop 3, geleitet von Wolfgang Schindler, Studienzentrum Josefstal. Ja, wir hatten drei Punkte eigentlich bei der Einführung. Es ging zum einen darum, um diese Datenschutzfragen, wie kann ich meine Daten tatsächlich kontrollieren und was bedeutet das? Ich hatte den Eindruck, es war sehr unaufgeregt, an der Stelle auch danach das Gespräch in der Gruppe, also die große Besorgung, das habe ich nicht gehört, ich war, ich glaube, sehr ganz, sehr kritische Fragen, sehr besorgte Statements eingestellt, die kamen nicht. Wir haben am Schluss nochmal über die ganze Thematik gesprochen. Sie sagt vielleicht deswegen, weil es ein Bereich ist, der sehr weit außerhalb des eigenen Eingriffsbereiches liegt. Datenschutz ist etwas, was weit weg ist, was beim Staat ist, kann ich es gerne sicherstellen oder nicht, ist ein schwieriges Teil. Das eigene Verhalten, über das ist gesprochen worden. Das war interessant an der Stelle, dass so eine Reihe von Andeutungen oder Verbutungen kamen, dass in der Tat kulturelle Unterschiede bestehen könnten, wahrscheinlich bestehen, zwischen jungen Menschen und Menschen, die älter sind, die nicht mehr ganz jung oder sogar schon richtig alt sind. Also, dass die Stile und die Vermutungen, wie führe ich Privatheit, wie gehe ich damit um, dass die sich sehr unterscheiden und dass Dinge, über die sich Ältere erregen oder besorgt machen, bei Jugendlichen ganz anders konnotiert sind und anders gehandelt werden. Und dass man da eigentlich eher, dass es wahrscheinlich produktiv ist zu schauen, dass man sich darüber verständigen kann, mit den unterschiedlichen Stilen singen und voneinander zu lernen, statt dass die einen den Finger hängen und zu sagen, ihr dürft aber nicht. Oder wir haben damals bei der Volkszelle doch extra das Recht auf informationelle Selbstbestimmung erkämpft und ihr vergeudet es jetzt, indem ihr eure Nacktfotos ins Netz stellt, um es mal konkret zu machen. Wir haben uns gründlich viel über Medienpraxis oder über medienpädagogische Praxis unterhalten, wobei der Fokus ganz klar darauf war, im Kern sind nicht die technischen Fragen, sondern es sind die pädagogischen Fragen und gefragt ist die pädagogische Sensibilität. Dafür gab es viele Anhaltspunkte und auch viele Beiträge. Auch, dass beschrieben wurde, wie jugendliche Medien für uns unerwartet oder unverständlich zunächst nützen können, uns eigentlich darum geht zu kapieren, was bringt es für die, statt sofort regulierend eingreifen zu wollen oder auch sich aufgefordert zu fühlen, eingreifen zu müssen. Pädagogen stehen immer zwischen zwei Fronten, zwischen ihrer Zielgruppe und denen, die sie bezahlen und anstellen. Und ein Teil unserer Arbeitsgruppe, das ist der letzte Punkt, den ich berichten will, war, ich habe behauptet, es ginge darum oder es wäre nötig, sozusagen eine eigene Web-2.0-Praxis als Person, als Individuum, zumindest auszuprobieren, weil wir Älteren eher sowas wie die Immigranten, die Einwanderer in diese Welt, die uns kulturell tendenziell eher fremd ist, sind. Das kam ein Stichwort von den Digital Immigrants, von den Eingeborenen des Internets. Und einer in der Gruppe hat gesagt, naja, ob ich wirklich Immigrant sein will oder bin, hat sich für mich noch nicht geklärt. Auf alle Fälle bin ich zunächst mal Tourist. Und ich fand das ein schönes Bild, deswegen gebe ich es auch hier weiter. Tourist in virtuellen Welten, Tourist in dieser neuen Kultur, ist eine gute Rolle, wenn man sich klar heißt, klar bedeutet, was der Tourismus für Folgen hat. Und ja, ob es zu Einwanderungen führt oder ob man auch wieder heim geht. Ja, danke. Der vierte Workshop, den wir hatten, geleitet von Thomas Seiden, Lehrer an der Montessori-Grundschule. Ja, wir hatten im ersten Teil uns angeschaut, wie eine Grundschule an einem Beispiel ihre Internetpräsenz, ihre Onlinepräsenz auch mit Web-2.0-Anwendungen leichter gestalten kann und wie es möglich ist, verschiedene Zielgruppen halt gut anzusprechen und vor allem durch Sachen wie Blog zum Beispiel, die Schüler auch an der Grundschule mit einzubeziehen, sodass sie selber also nicht dem Lehrer ihre Texte abgeben müssen, sondern mit der, die dann, weil er Expertenwissen hat, irgendwie eingibt und dann kommt es ins Internet, sondern sie können es schon in ganz wenigen Schritten unter einer reichten Anleitung ganz schnell selber machen und ihre eigenen Ergebnisse sozusagen schnell sehen. Die Diskussion schloss sich dann an und zielte eigentlich gar nicht auf so die ganz neuen Aspekte von Web-2.0 ab, sondern eher auf so grundsätzliche, weil gerade für das schulische Lernen eigentlich klar ist, dass man dann eine Zielgruppe vor sich hat, die ganz heterogen ist und man hat halt die Kinder, die zu Hause sofort ansprechen und wo die Eltern sagen, ja Computer, DSL-Anschluss, alles ganz toll, kann man sich angucken, Lernportal nutzen wir auch und so weiter, Hausaufgaben runterladen ist auch klasse, aber sind halt auch je nach Schule mehr oder weniger, meistens doch mehr, als man so denkt, Schüler da, die das nicht haben, weil der große Bruder kann das direkt spät am Computer und alles andere, was man da machen kann, nicht so verbreitet ist und wo auch die Eltern halt nicht so die Affinität haben, ihren Kindern da zu helfen und da haben wir halt diskutiert, wie die Situation auch für die Lehrer dann ist, diese Spaltung sozusagen zu überwinden und wie dann halt auch kompensatorisch da gearbeitet werden kann und welche Angebote die Schule da machen kann, sollte oder müsste und dann war eigentlich auch die Zeit leider schon vorbei. Gut, vielleicht kommen wir dazu und jetzt noch ein paar Sachen dann hier in der Bruderungsdiskussion klären. Wir haben noch weitere Diskutanten jetzt hier aufgenommen, ich fange mal mit unseren jungen Menschen an, die jetzt hier aus der Zivilgruppe oder so hier sind, Darius Kniesner auf der Seite. Vielleicht stellst du dich kurz vor und sagst vielleicht, wie nutzt du so die neuen sozialen Netzwerke oder wie ist es mit Freunden? Ja, also ich nutze auch Studi4Z und etc. Einfach um alte Freunde wiederzufinden, die ich früher mal getroffen hatte und lange nicht wiedergesehen hatte. Die sind leider umgezogen und irgendwie schlecht wiederzufinden. Bist du dich vorzettest, ist sowas möglich. Ansonsten Web 2.0, ich nutze es mehr als Informationsquelle und mich halt über die Sachen zu informieren, über die ich was wissen möchte. Ich muss nicht mal in die Bibliothek gehen und das sind so die Vorteile, die ich daraus ziehe. Ja, danke. Auf der anderen Seite werden Julian Adi Amadi hier kommen. Vielleicht sagst du auch, was nutzt du so und was mich auch dann gleich interessieren würde, gibt es inzwischen auch so eine Art Gruppendruck, dass man bestimmte Netzwerke nutzen muss unter Schülern oder Schülern? Also, zuerst muss man erst mal sagen, ich bin auch Schüler, ich gehe noch zur Schule und ich bin nicht wie der Kollege da drüben schon im Berufsleben oder als Auszubildender aktiv. Bei mir ist es halt, das Web 2.0 wird hauptsächlich als Informationsaustausch, kommunikative Quelle genutzt. An meiner Schule, am Zellendorfer Gymnasium werden auch aktiv Lernprogramme dann an die Schüler weitergegeben. Ich persönlich empfinde keinen Druck, als solchen Communities oder Online-Gemeinschaften beizutreten. Es ist einfach eine gute Gelegenheit, wie auch Schüler vor der Zeit, alte Freunde, wie er schon gesagt hat, wiederzufinden, die man einfach nur anhand des Namens findet. Das ist recht simpel. Und um Kontakte einfach aufrechtzuerhalten, die man normalerweise nicht offen halten kann, wenn einer am einen Ende der Stadt wohnt, der andere am anderen, dann ist so ein Kommunikationsdienst einfach super und einfach zu bedienen. Okay, danke. Ja, Wolfgang Schiller, du hast es ganz schön gesagt, Datenschutz ist für viele weit weg. Für mich ist er jetzt ganz nah dran. Hier nämlich rechts sitzt er in Form von Sven Mörs vom Büro des Berliner Datenschutzbeauftragten. Stellen Sie sich vielleicht kurz vor und erläutern so die Aufgaben. Gerne. Guten Abend, schönen Dank für die Einladung. Mein Name ist, wie gesagt, Sven Mörs. Ich bin Referent für Telekommunikation und Medien beim Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, wie der vollständige Titel unserer Behörde lautet. Das ist schon fast eine Kurzgeschichte. Was machen wir da? Verschiedenerlei. Wir sind zunächst dazu darum, Bürgerinnen und Bürger, Betroffene von Datenverarbeitung zu beraten. Bei uns kann man sich einerseits beraten lassen, man kann sich auch beschweren darüber, wenn etwas schiefgegangen ist, dann gehen wir dem nach. Wir kontrollieren die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen einerseits bei den Berliner Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen des Landes Berlin, andererseits aber auch bei den in Berlin ansässigen Unternehmen der Privatwirtschaft. Das ist das eine. Wir beraten auch Datenverarbeitende Stellen, also Behörden und Unternehmen, die Daten verarbeiten und sich nicht sicher sind, ob sie das dürfen oder das in dieser Form dürfen, können auch zu uns kommen und erhalten dort Rat. Wir machen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, wir treten auf so eine Veranstaltung auf wie diese hier. Wir gehen zunehmend dazu über, weil sich dieses ganze Geschäft ja auch internationalisiert. Globalisierung der Weltwirtschaft einerseits, das ist ja zu Datenaustausch in großen Mengen über Landesgrenzen auch im Weckrand. Über Staatsgrenzen insbesondere bemühen wir uns auch um eine Koordinierung dieser Angelegenheiten einerseits auf europäischer Ebene, wo wir in Arbeitsgruppen tätig sind, andererseits auch auf wirklich globaler, internationaler Ebene. Darüber hinaus wirken wir an Gesetzgebungsverfahren mit, auf allen diesen Ebenen, also Landesgesetzgebung, die mit personenbezogenen Daten zu tun hat, da gibt es unterdessen fast nichts mehr, was nichts mit personenbezogenen Daten zu tun hat, geht über unseren Tisch, das gleiche Bundesgesetzgebung, europäische Richtlinien. Das ist so ungefähr, ich glaube, ich habe nichts vergessen, das ist so der Hauptspaß, den wir haben. Okay, danke. Wir haben hier dann jetzt noch Andreas Klisch, Medienwissenschaftler an der NK Potsdam und im Vorstand der LHG Multimedia Brandenburg, der Schwester LHG sozusagen. Und von dir, wir kennen uns ja schon ein bisschen, weiß ich, dass du ganz intensiver Web 2.0 Nutzer bist. Ich wollte dem Kollegen, wenn er über Tourismus spricht, dann bin ich sozusagen einer der Animateure in diesem Business mittlerweile. Also ich bin auch sehr häufig auf Veranstaltungen in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit und in einer beruflichen Tätigkeit für Seminare und Workshops zu dem Thema im Zusammenhang mit Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, alles was mit dem sinnvollen Umgang mit dem 2.0 Tools sozusagen zu tun hat. Denn für mich ist die Community-Ebene ein Bereich sozusagen, aber die ganzen anderen Anwendungen allein von, wenn man jetzt auch vom Bösen spricht, von den Google-Apps angefangen bis hin zu das gesamte Office-Paket sozusagen online zu handeln. Und also ganz hart ausgedrückt könnte man sagen, man braucht eigentlich Geld, kein eigenes PC, keine eigene Festplatte mehr, man braucht eigentlich nur die Gewissheit, dass man permanent online sein kann. Man kann sozusagen sein Leben und sein Office sozusagen online organisieren. Wie das jetzt mit den Daten und mit dem Datenschutz, das steht natürlich auf einem anderen Blatt, aber theoretisch ist es möglich und ich versuche sozusagen mir immer den Überblick zu verschaffen, welche Anwendungen helfen mir persönlich, sind für mich sinnvoll, ersparen Zeit, effektivieren bestimmte Dinge und ja, und da in dem Bereich bin ich halt unterwegs. Okay, danke. Ja, ich würde die Diskussion mal eröffnen, einfach mal zu einer grundsätzlichen Frage. Also wir reden ja über Web 2.0, neue Technologien, was damit alles möglich ist und über die ganzen Jugendlichen, die das eigentlich schon nutzen, also die kompetent sind in der Nutzung, sich in sozialen Netzwerken tummeln, Podcasts veröffentlichen, Videocasts veröffentlichen. Also ist es jetzt wirklich so, also gibt es diese Netzgeneration oder wo verläuft inzwischen so diese Digital Divide zwischen Jung und Alt oder auch noch innerhalb dieser Jugendlichen? Es gibt ja dazu verschiedene Untersuchungen, ich weiß nicht, welche Sie jetzt da kennen, ob jetzt eher bildungsferne Schichten oder eher bildungsnahe Schichten so diese aktiven Angebote auch nutzen, die sind ja ganz widersprüchlich, die Ging-Studie sieht da keine Unterschiede, andere Studien sehen das wieder unterschiedlich, aber was heißt das jetzt so für die Medienpädagogik oder überhaupt, oder sehen Sie da Unterschiede so in der Nutzung oder ist es wirklich nur zwischen Jung und Alt jetzt in der Nutzung? Gibt es irgendjemanden, der dazu was sagen kann, so in der Umwartung in der Arbeit, in der Jugendlichen? Ich kann es nicht richten, aber ich glaube, bei der Sprache macht es sich deutlich, manche Leute reden immer noch davon, sie stellen das dann online und das macht es bildlich, dass dann Differenz ist und das ist ein bewusster Schritt, man stellt was online. Und ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass bei uns in der Arbeitsgruppe wurde gesagt, die Menschen, die so nach 1990 geboren sind, für die ist es einfach ein Teil der Realität, da muss man nicht etwas online stellen, sondern das ist halt da und läuft mit, und am Bildschirm sind ein paar Fenster offen, permanent, da sind Freunde da, das ist sehr viel integrierter in den Alltag und es wird noch integrierter werden, wenn es webmobil wird. Also diese künstliche Differenz, es redet ja auch kaum noch jemand von Cyberspace. Früher wurde vom Cyberspace der berechnete Raum dabei und ganz woanders. Eigentlich ist es eine Erweiterung des Lebensraums. Und ob der noch online ist oder offline, man merkt erst, wenn er wirklich offline ist, dass ein Teil fehlt und zwar ein wichtiger. Ich glaube, Thomas Seidel, Sie hatten das schon mal so gesagt, dass dadurch große Unterschiede auch zwischen den Kindern bestehen, je nach Elternteil oder Bildungsgrad, wie die Kinder mit den neuen Medien umgehen? Also Sie haben natürlich die ganzen Möglichkeiten nicht immer in jedem Haushalt. Das heißt, die Kinder, also wenn man an die Grundschulkinder denkt, so wie es Zwölfjährige oder so, die sind halt total abhängig davon, was ihre Eltern da in Gang kriegen. Ob sie denn in der ersten Elternbeersammlung fragen, muss ich meine Tochter jetzt schon einen Computer kaufen in der ersten Klasse, am ersten Eltern haben, oder ob sie halt ihren Computer benutzen, Spiele und so weiter zu machen. Das ist ein Bildungsproblem auch der Eltern. Deshalb ist an der Unterschule zum Beispiel auch ein ganz wichtiges Thema, Elternarbeit dazu zu machen. Und diese Begleitung der Kinder, die rutschen sowieso in diese Web 2.0 und in diese Internet-Sachen hinein, die machen wir als Schule, aber wir merken, wir können es nicht ohne die Eltern machen. Und da machen sich natürlich ganz klar Bildungsunterschiede klar, da machen sich, wenn man es noch so nennen will, Schichtenunterschiede klar. Und da ist sicherlich auch, wenn Sie eine Schule in Nordner Köln besuchen, eine Grundschule, ein ganz anderes Klima da. Da geht es auch im Computerraum ganz anders her. Die haben ganz andere Probleme, mit ihrem Computerraum umzugehen, als das an der Schule vielleicht wie bei mir oder in einem anderen Bezirk ist. Wie ist das denn bei Schüler-VZ? Ist das so ein ganzer Querschnitt von jugendlichen Schülern, die sich da tummeln? Oder man könnte ja zum Beispiel sehen, sind Hauptschulen stärker, also sind mehr Leute bei Hauptschulen als bei Gymnasien registriert oder so? Also es gibt Unterschiede, aber die verlaufen sich jetzt so langsam mit der Masse. Wir haben jetzt ja dreieinhalb Millionen Nutzer immer noch deutlich, also Gymnasiasten eher, ich weiß jetzt die genaue Zahl leider nicht mehr, aber ich glaube so etwa 40 Prozent machen die schon aus, glaube ich. Das ist auch, glaube ich, eine Frage des Angebots und was man auch kennengelernt hat. Und ich denke, es ist auch wichtig, wie Kinder frühzeitig an diese Medien herangeführt werden, denn so können sie auch im Jugendalter lernen, damit produktiv umzugehen. Ob ich jetzt ein Profil mir ausführlich gestalte, in dem ich mich wirklich als Persönlichkeit versuche darzustellen, also auch mit mächtig viel Inhalt, was im Schüler-VZ ja durchaus auch möglich ist, dann setzt das auch voraus, dass ich gelernt habe, mit dem Medium kreativ umzugehen, was sicherlich andere Plattformen oder andere Anbieter da dann weniger Platz für haben, sei es jetzt in Chaträumen, da hat man ja weniger Möglichkeiten, dann nimmt man sich eine Identität und schreibt. Ich denke, es ist dann sehr wichtig, wie Jugendliche mit dem Medium jetzt umgehen. So haben sie das als Kind auch gelernt, das kreativ zu nutzen. Und ich glaube auch, dass sich da eben die Unterschiede klar machen, die nach Bildungsschicht oder eben auch nach den materiellen Voraussetzungen, die da weg hinter sind, klar. Also ich glaube, es geht auch nicht darum, jetzt diese eine Schnittlinie zu finden, da ist jetzt irgendwie diese Aufteilung, sondern nur, über welche man gerade redet. Also es gibt zum Beispiel auch eine zwischen Mädchen und Jungs. Das ist ganz klar, wenn Sie eine Gruppe von Mädchen oder Einzelmädchen vor den Computer setzen, da kommt einfach im Durchschnitt viel mehr Kreatives und viel mehr beschriebene Texte und viel mehr Schöngemachtes, aber auch viel mehr, was mit Kommunikation zu tun hat darüber, als wenn Sie ein paar Jungs zusammensetzen, wenn die mit den Nintendo's zum Beispiel spielen, Sie kennen diese kleinen Handgeräte, setzen sich alle in den Kreis rein und sind vernetzt, also kabellos oder so, da kann man spielen, das machen alle gerne und dann kann man auch schreiben. Gucken Sie mal, wie viele Jungs was schreiben, wir machen nur noch Quatsch drauf und die Mädchen schreiben sich keine Briefe oder so. Und das sind schon Sachen, wo Sie einfach mal so in der Praxis gucken können, da gibt es auch eine gewisse Teilung. Wie ist das zum Beispiel bei Schüler von Z, da haben Sie da Zahlen, ob da mehr Mädchen oder Jungs, Männer oder Frauen, junge Männer oder Frauen Mitglied sind? Also aktuell nicht, mich hat das immer im letzten Jahr mal interessiert, weil ich auch eben diese These hatte, es müsste eigentlich für Mädchen, jetzt nicht nur wegen der pinken Farbe, sondern eben auch, weil da mehr Kommunikation stattfindet, oder dass ja die Hauptsache bei uns ist, interessanter sein. Das war allerdings nur, also Mädchen waren eigentlich nur schwach mehr vertreten. Also ich glaube ein leichtes Gewicht, aber vielleicht vielleicht 55 Prozent oder 52 Prozent, also das war jetzt, vielleicht haben auch die Jungs gesagt, dass sie Mädchen sind, weil sie dann mehr Post bekommen. Das ist okay, das konnte ich natürlich jetzt nicht wissen. Aber von der Verteilung her war es ja doch sehr ausgeglichen. Also es hat mich, ehrlich gesagt, ein bisschen überrascht. Ich habe da auch noch mal eine Frage jetzt in die Richtung, gibt es dann eigentlich schon Statistiken oder Angaben darüber, wie denn so eine aktive Zeit sozusagen, also ein oder zwei Jahre sozusagen ein Jugendlicher oder auch ein Student oder auch jetzt ein Erwachsener auf diesen drei Portalen sozusagen aktiv unterwegs ist? Weil wir haben ja vorhin auch über einen Ort, das ist ja auch Netznomaden. Also wandern die Leute denn dann zu StudiVZ oder wandern die denn dann zu MeinVZ? A oder B, glaube ich, dass gerade in der Erwachsenwertphase, da gibt es ja verschiedene Phasen. Man ist sozusagen einmal, was weiß ich, ist mal ein Punker, man ist mal ein Rocker und dann ist mal wieder irgendwas anderes und dann ist mal wieder ein Punker und dann ist mal wieder mal ein StudiVZ und gibt es dann da schon Angaben darüber, wie lange sozusagen ein User in einer gewissen Kontinuität aktiv ist in diesem Portalen? Also das messen wir nicht. Was wir jetzt natürlich beispielsweise sehen können, da es ja jetzt das MeinVZ auch gibt, mit der Option für alle, die im StudiVZ als Nichtstudenten jetzt registriert sind, die ja jetzt umziehen können gegen Ende des Monats. Da können wir sicherlich sehen, wachsen dann Nutzer mit der Plattform, also sind die auch insoweit verbunden, dass sie nicht nur das StudiVZ als irgendein Medium nutzen, sondern dass sie auch sagen, okay, ich gehöre jetzt dahin. Und wenn man sich dann bei den VZs in eines zuordnet, dann hat man da ja schon eine etwas, ja schon stärkere Verbundenheit, wo man sich sagt, also ich gehöre jetzt wirklich ins MeinVZ. Was jetzt die Inhalte in den Profilen angeht, also ob das ein großer Wandel zu beurteilen ist, das messen wir ja nicht. Also dazu kann ich dann auch gar nichts angeben. Außerdem ist die Plattform ja noch relativ jung, außer selbst wenn man das jetzt messen würde, wäre es wahrscheinlich jetzt auch nach anderthalb Jahren schwierig, das zu beurteilen. Die Frage nach den Nutzern Hauptschulen, Gymnasium oder so war noch, können Sie die beantworten? Ja, also hatte ich ja beantwortet, dass es näherlich Gymnasiasten sind, ich glaube so der Anteil etwa 40 Prozent. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil ich die Zeit jetzt nicht mehr genau wusste, das war bei einer Auflistung mal, was für Schulen haben wir denn und das waren die Gymnasiasten dann noch mehrheitlich, aber jetzt auch nicht herausragend. Mich würde jetzt mal noch die andere Seite interessieren, also nicht die Schüler, sondern Lehrer, Pädagogen, wie nutzen die Web-2-0 soziale Netzwerke oder wie kommt es im Unterricht vor? Also vielleicht Darius oder Julian, können wir was dazu sagen, wie taucht es in der Schule oder ist es bei euch in der Schule aufgetaucht? Gibt es Lehrer, die euch in den sozialen Netzwerken... Ja, also meistens ist es ja sowieso immer so, dass eben nur ein Lehrer, wie Herr Seidel auch wahrscheinlich an seiner Schule, aktiv damit arbeitet und der Rest des Kollegiums sich erstmal vorsichtig daran rantastet oder gleich total abweisend reagiert. An meiner Schule wird immer mehr mit Medien gearbeitet, alle Räume werden mit Mimern und Computern ausgestattet. Allerdings haben die Schüler das sehr viel besser aufgenommen als die Lehrer. Also es wird noch nicht so intensiv genutzt von den Lehrern, eher von den Schülern. Und es werden auch immer wieder Lehrkräfte darauf hingewiesen, von der Schulhaltung, dass es doch bitte mehr benutzt werden soll, wenn das schon angeschafft wird. Aber ich bin jetzt im 11. Schuljahr und ich habe davon nicht viel mitbekommen und ich denke auch nicht, dass ich bis zum Abitur dann auch irgendwas groß daran verändern würde. Ich weiß, es gibt jetzt Lernplattformen Moodle zum Beispiel an meiner Schule, die nützt fast keinen Lehrer. Die Schüler fragen an und die wollen die Informationen, aber letztendlich können die Lehrer es nicht oder machen keine Zeit, um sich weiterzuwählen. Aber letztendlich ist es eine einseitige Geschichte, die von den Schülern ausgeht. Das Einzige, was ich hier an meiner Schule oder an meiner Ausbildung jetzt gerade bemerke, ist auch, dass halt alles mehr mit der Technik ausgerüstet wird. Aber letztendlich habe ich bisher einen Lehrer erlebt, der irgendwie gesagt hat, ich habe hier eine Homepage, hier habe ich die ganzen Matheaufgaben mit drin und die Lösungen. Ihr könnt euch das üben, ihr könnt euch das anschauen. Und ich weiß nicht, ich hatte schon viele Lehrer gehabt und das fand ich wirklich grandios. und das fand ich cool, der hat das genutzt. Und da konnte man mit einsteigen und da konnte man auch mit ihm über das Internet in Kontakt treten, wenn man wollte. Das war aber eine Person von, ich weiß noch nicht wie vielen Lehrern, die da auch mit eingestiegen sind. Ja. Wie sieht es denn da so, also ihr macht ja beide Vorträge auf so einem Bereich mit Pädagogen und so. Wie ist das Interesse dann an diesen neuen sozialen Netzwerken? Also ich habe das im letzten Jahr ganz aktuell erlebt an einem Oberstuhlzentrum in Potsdam. Da habe ich nochmal Aushilfe gemacht im Bereich Marketing und Kommunikation für drei Monate und durfte dann in dieses Lehrerzimmer und habe dann auch Platz zugewiesen bekommen und habe dann wirklich festgestellt oder auch mitgekriegt durch bekannte Lehrer, die ein bisschen weiter vorne waren, dass es da vor einem halben Jahr also fast eine Revolution gab, als es hieß, also jeder Lehrer bekommt eine E-Mail-Adresse an dieser Schule. Also das war dann so Anfang 2007 und dass es da sozusagen zu einer halben Revolution kam. Und das sind so für mich so ganz markante Punkte, die sich also durch meine Erfahrung, auch wenn ich mit Lehrern spreche oder mit Fortbildung bin im Visum und so mir das so anschaue oder anhöre, bist du Probleme Lehrer? Ja, dann könnte man natürlich defatistischerweise sagen, also Schuld sind die Lehrer. Entweder sind sie zu alt oder haben keine Lust mehr. Oder dann kann man doch sagen, okay, sie haben keinen Freiraum, sie haben keine Zeit, sich mehr dazu bilden, ich bin zu alt, warum soll ich mich jetzt noch mit diesem Ding zu beschäftigen, etc. Aber böse gesagt, fängt dort das Problem an in Schule und mit dem Personal. Das ist eine These, die ich jederzeit, also Gott sei Dank gibt es so eine Kollegin hier zu meiner Rechte. Ich habe auch neulich jemanden erlebt, in der Aufmerksamkeit ist auch ein Vertrauenslehrer an einer Berliner Schule, der hat alle seine Schüler in einem Instant Messenger drin und kommuniziert mit denen darüber und hat klare Regeln aufgestellt und der hat unheimliche Erfolge. Der hat mehr Erfolg, als wenn er mit dem Schüler oder Deliquenten oder wie auch immer Face-to-Face-Probleme spricht. Nein, verstehen wir nicht mal. Aber er hat die Feststellung gemacht zum Beispiel, dass die Schüler sich also wesentlich mehr öffnen, wenn sie sozusagen mit ihm im Chat sind und dieser Lehrer wirklich unheimliche Erfolge verzeichnet. Aber der Typ ist halt auch ein Nerd. Also der ist sozusagen da. Er ist im Netz, er ist online und zwar nicht 24-7, aber er ist ansprechbar. Und das ist glaube ich so, diese Angst auf der einen Seite mit einer E-Mail-Adresse zu hantieren zu müssen und dann auch noch möglicherweise innerhalb von einem Tag darauf zu antworten auf eine E-Mail, was ja mittlerweile auch Standard geworden ist. Das sind so die Dinge, die mir so permanent auffallen. Unabhängig von der Tagsache, dass Equipment auch teilweise nicht da ist. ganz wenig Sachen dazu. Also ein paar Sachen sicherlich ein bisschen überspitzt und vielleicht auch gar nicht so falsch. Die E-Mail-Adresse, ganz altmodische Sache, wenn wir jetzt über Web 2.0 und solche Sachen reden. Viele Lehrer, so wie ich es erlebe, also an der Grundschule, auch vom Alter her, nicht so die ganz Alten und so, die brauchen, die müssen irgendwie merken, was das für sie für einen Mehrwert hat, was für einen Nutzen hat das für mich. Und die ersten Sachen, die ich beobachtet habe, also zum Beispiel, man ist an Oberschulen dann zwölflich so vor 10 Jahren ungefähr die erste Gebüterausstattung, da haben die dann sich einen Brenner gekauft. Also, warum wohl? Gut, da haben die Lehrer den selber benutzt. Jetzt ist es so, wenn man E-Mails verteilt an den Lehrer, dann haben die damit erstmal nichts zu tun, wenn sie die nicht irgendwie für irgendwas brauchen. Wenn aber die Lehrer zum Beispiel ihre privaten Sachen auch über E-Mail machen, sich irgendwo anmelden, Bücher bestellen, im Lesung zum Beispiel Medien bestellen, sich zur Fortbildung anmelden, merken, dass es da einen Sinn hat und dass sie da nicht nur einmal im Monat eine E-Mail kriegen und dann eine, die sie nicht haben wollten, sondern dass es sich lohnt, dann machen sie es auch. Wenn man in Lehrerzimmer E-Mail-Adressen verteilt und sagt, sie kriegt jetzt hier alle vier Wochen eine Einladung zur Gesamtkonferenz, dann sieht es irgendwie keiner ein, dass man das machen muss. Aber diejenigen, die ihre Flüge buchen und die online was bestellen oder so, die sind viel mehr dran, das zu machen. Aber es geht alles viel langsamer als bei den Schülern. Sicherlich manchmal immer noch unterschiedlich, ob sie es überhaupt wollen und ob sie eben immer aufgeschlossen sind oder nicht. Da sind viele Defizite auch bei Lehrern, die gar nicht so alt sind. Aber es geht vor allem alles viel langsamer und das merkt man ganz stark, weil es bei den Schülern so viel schneller geht. Vielleicht auch noch mal speziell an dich die Frage, du hast vorhin gesagt, voneinander lernen, also dass auch Jugendliche von Pädagogen, Pädagogen von Jugendlichen lernen so. Ist das so eine neue Lernkultur, die schon so verbreitet ist? Dürfte ich auf deine erste Frage? Ja, da hast du auch noch. Also, ich habe es in der Arbeitsgruppe erzählt, wir haben in dem Jahr, Anfang des Jahres eine Konferenz gemacht, mit einem halben Jahr Vorlauf online, hatten eigentlich alle Konferenzmaterialien in einer Moodle-Plattform, die mit Gastzugang begehbar war, man konnte reinschauen, aber man konnte nicht schreiben. Die Konferenz hatte 200 Offline-Teilnehmer für drei Tage und von diesen 200 Teilnehmern waren die zehn Referenten und Arbeitsworkshop-Leiter auf der Plattform registriert und fünf weitere. Das waren jetzt nicht die Lehrer, die man ja das vorgibt, was wir gerade gehört haben, sondern es waren Jugendarbeiter, die an sich ein bisschen mehr Spielraum hätten. Ich glaube, die Beschreibung, die sie geliefert haben, warum das nicht passiert, ist ziemlich zutreffend. Sie brauchten es in ihrem bisherigen Lebensalltag ja nicht. Sie haben Erfolge gehabt bis zu dem Zeitpunkt. Und sie werden nur dann Erfolg mit diesen neuen Dingen haben, auch wenn sie Gelegenheit kriegen, es zu praktizieren. Und nicht nur, um jetzt sofort vor der Klasse zu bestehen, sondern für sich erstmal ganz privat. Also wenn unsere Sekretärin zu alles surfen dürfen und sich die neuen Angebote rausholen, dann verbraucht es Zeit, aber sie können dann auch unerhört gut surfen. Und ich denke, Lehrer brauchen genau für ihren Privatkram Lernangebote, Möglichkeiten, und sie kriegen sie nicht. Und deswegen ist es irgendwo auch gemein, immer auf die Lehrer draufzuhauen. Zweite Frage? Diese neue Lernkultur, das Vorderhören der Lernens, das Vorderhören praktizieren, das funktioniert, und dort, wo es funktioniert, ist es sehr ertragreich. Es ist aber angstbesetzt, weil ja die alte Lehrerrolle, die ist, ich muss es besser wissen, ich muss mindestens eine Flötenstunde voraus sein, ich muss was vermitteln können, was die anderen noch nicht wissen. Und wenn ich diese Annahme aufgebe und sage, meine Rolle ist nicht der, dass ich vor fünf Minuten das gelernt habe, gelesen habe, was ich jetzt anschläge, das Lehrstoff weitergebe, sondern meine Rolle ist der, dass ich das Lernen voneinander und von der Vielfalt der Kompetenz in der Gruppe, dass ich diese Lernprozesse organisiere, dann funktioniert es auch. Und es funktioniert halt deshalb so schwer, weil die Angst davor sich zu blamieren und eine vertraute Rolle und eine lang eingeübte Rolle, eintrainierte Rolle aufzugeben, das ist eine richtige Zumutung. Und deswegen wird es auch lange dauern, das ist meine Prognose. Gut, vielleicht würde ich gerne wieder ein bisschen auf die sozialen Netzwerke kommen. Strukturell können wir so jetzt an der Fort- und Hausbildung und der anderen Pädagogen fordern, glaube ich, dass sich was tut. Die Leute müssen sich natürlich auch selber bewegen, vielleicht dadurch, dass sie auch sehen, dass viele Jugendliche da aktiv sind. Was wir uns so ein bisschen immer gewünscht haben, war ja so aktive Medienarbeit. Eigentlich das, was jetzt auch gemacht wird, Podcasts werden produziert, Videocasts werden produziert, die Schüler und Schülerinnen nutzen halt soziale Communities, machen Fotos, stellen die da hoch. Sollte ja eigentlich alles ganz toll sein. Also das ist ja das, was die Medien wiederholung, glaube ich, schon mal wollte. Was sind jetzt so die Gefahren? Also das kennen wir jetzt ja auch alle, das falsche Geld taucht in der Community auf, wird später vom potenziellen Arbeitgeber gesehen oder so. Also ich würde jetzt gerne so zur Diskussion ein bisschen übergehen, auch so Datenschutzschüler, VZ, wie gehen, oder wie werden pädagogische Umgehensweisen damit oder auch rechtliche Umgehensweisen? Wer sich von einem Bild oder von einem Eintrag selbst eine Kopie anfertigt, der hat sie und wenn solche Kopien im Umlauf sind, dann kriegt man die natürlich nicht mehr weg. Das ist klar. Das man hier auch ganz gut gesehen hat, also das ist so ein, ja, so eine typische Selbstüberschätzung. Also ich will mich jetzt erst mal darstellen und es ist ja zum Teil auch durchaus das Altersadäquat, dass man sich da ein bisschen überschätzt und die Grenzen austesten will. Und weit kann ich da auch gehen und auch nicht so weit die Konsequenzen berechnen. Das sehe ich vielleicht gerade bei jungen Mädchen, die das vielleicht auch reinposten, damit es der hübsche Jünger aus der Klasse 1 drüber sehen kann, aber hier eben doch schnell auch unterschätzt wird, welche Wege das gehen kann. Also da ist natürlich noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Von unserer Seite ist das natürlich schwierig, weil wir das ja in erster Linie in Textform machen müssen, sei es jetzt über unseren Verhaltenskodex als Regeln, sei es über Sicherheitshinweise. Wir haben jetzt eine neue Tippseite auch zur Privatsphäre, also mit ganz einfach gestalteten Tipps, wie man sich am besten schützt, was okay ist, was nicht okay ist, als Aussagen mal zusammengestellt. Also beispielsweise ich mache ein Unterwäschebild, ich mache das jetzt mal ganz gut, weil ich es nicht mehr ganz genau im Kopf habe, ich stelle ein Unterwäschebild von mir rein, einem Roten Kreuz Deutsch, also um zu zeigen, das lieber nicht machen und das machen, dass es sehr anschaulich ist, aber letztlich sind wir natürlich darauf angewiesen, dass die uns das auch lesen und das ist natürlich das Schwierige, das wir über die Buchstaben ja eigentlich erreichen. Man kann es ja ein bisschen beeinflussen, je nachdem, wo man diese Tipps platziert. Kommen die vielleicht direkt, wenn man ein Foto postet, gleich als Warnhinweis oder sind die irgendwo versteckt bei Ihnen? Also die sind auf der Privatsphäre gleich zu finden und da finden Sie drei Menüpunkte und der ist jetzt da neu hinzugefügt. Ich denke, es ist auch wichtig, also wie Sie sagen, auch rechtzeitig entsprechende Punkte anzufügen. Wichtig ist eigentlich, dass wir die Nutzer da möglichst aktiv auch einbinden. Das haben wir jetzt mit unserem Verhaltenskodex, der als Regelwerk bei uns ja gilt, auch getan, indem wir die Nutzer aufgefordert haben, diese Regeln, es sind zwölf Regeln und die alle durchzulesen, ist für Jugendliche sicher nicht sehr reizvoll, das kann man ja sicher auch nachvollziehen, aber diese Regeln alle einzeln als kleine Videos darzustellen von einer Minute Länge und darauf haben wir unglaublich großes Feedback bekommen, ganz, ganz viele Einsendungen, die haben sich da wirklich überschlagen an Ideen und jetzt hat jeder einzelne Verhaltenskodex-Punkt ein kleines Video zum Anschauen und das wird auch ganz gut frequentiert. Also das wäre so eine Möglichkeit, die eben zu erreichen, klar, Buchstaben ist das nicht so attraktiv, aber wenn wir sie da einbinden können und sie vielleicht hier selbst auch was gestalten lassen können, ich denke, dann setzen sich auch viel mehr damit auch auseinander und vor allem auch aktiv und produktiv auseinander. Ist es dann so aus Datenschutzsicht, so mit so einem Kodex und Regeln, ist dann dem Datenschutz Genüge getan, so in Ansprüchen, oder haben Sie sich Schüler vor Z bestimmt mal angeguckt? Wie viel Zeit haben Sie? Also ich fand das sehr schön, dieses Video, weil das bringt das Grundproblem auf den Grund. Das, was wir beobachten, diese Entwicklung sozialer Netzwerke mit großem Interesse seit bereits einiger Zeit und das grundlegend Neue hier ist, da sind wir alle auf einer Reise ins Unbekannte, das muss man ehrlicherweise sagen, es ist halt noch nie in der Geschichte der Menschheit, so groß kann man das glaube ich machen, so viel personenbezogene Daten für so breite Schichten im freien Zugriff gebühren, wie das durch die sozialen Netzwerke jetzt kommt. Darin stecken eine Menge interessante neue Nutzungsformen, eine Menge interessante Kommunikationsformen und so weiter und so fort, nicht, dass Sie denken, dass wir diese Seite nicht sehen, damit kürze ich das jetzt aber ab, weil wir gucken natürlich auch auf die potenziellen Risiken, insbesondere für die Privatsphäre der Nutzer. Das ist da eigentlich so zusammengefasst gewesen und dass man es nicht besser sagen kann. Letztlich geht es darum, dass die große Gefahr besteht, dass durch Veröffentlichungen im Internet die Nutzer faktisch die Kontrolle über die weitere Verwendung dieser Daten verlieren. Das ist einfach so. Das ist je nach Ort, wenn man das in einer geschlossenen Community macht, wie Schülerfortset zum Beispiel, ist es schon ein bisschen besser, ist auch nicht perfekt, das haben Sie ja sehr schön erklärt auch. Machen Sie das an anderen Orten, wo Sie sich nicht mehr registrieren müssen, MySpace oder sonst wo, ist der potenzielle Kreis noch größer. Was das genau für Konsequenzen hat, das weiß man auch in den Kammel genau. Es gibt so ein paar Spitzen von den Eisbergen, die aus dem Wasser ragen, ein paar sind auch schon genannt worden, Nutzung durch, erstens, das Internet kennt kein vergessen, das heißt, man muss damit rechnen, dass selbst wenn während des Prozesses des Aufwachsens ich irgendwann darauf komme, dass das Video, das ich vor fünf, sechs, sieben Jahren ins Internet gestellt habe, dass das vielleicht doch nicht die beste aller möglichen Ideen waren, dass ich das jetzt wieder zurücknehmen will, dann kann ich das möglicherweise anfangen. Ich muss also damit rechnen, dass das, was ich einmal poste, mir bis an mein Lebensende entgegen gehalten werden kann. Das ist eine Situation, die hatten wir in der Form noch nicht. Und was das genau heißt, wird jetzt an dieser Nutzergeneration an dem Objekt ausprobiert. Wir haben erste Anhaltspunkte dafür, dass solche Daten genutzt werden, zweckfremd genutzt werden, auch innerhalb der Communities, bei Studervorzett spielt das wahrscheinlich nicht so eine Rolle, bei Studervorzett, Facebook und anderen spielt es eine Rolle, wie wir wissen, von potenziellen Arbeitgebern, die selber in diesen Netzwerken unterwegs sind, die bei Bewerbungen gucken, was gibt es an Daten für diese Menschen im Internet. Da gibt es Aussagen von Leuten, die in Personalabteilung von Unternehmen arbeiten. Die letzte Zahl, die ich gesehen habe, ist, dass bereits ein Drittel derjenigen, die Unternehmen, die bei so einer Umfrage da mitgemacht haben, sagen, ja klar, das machen wir regelmäßig. Das heißt, und sie wissen ja, was in diesen Communities so unterwegs sind, da ist dann vielleicht das Foto, wie ich besoffen auf dem Klo liege, 13 ist nicht so toll, wenn ich mich auf einen Job bewerbe, das ist einfach so. Die Kontrolle darüber habe ich aber faktisch verloren, indem man mich das einstellt. Insofern kann ich das, was in diesem Video gesagt wurde, think before you post, das kann ich nur sehr, sehr unterstreichen. Für uns als Datenschützer stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie kann man in dieser neuen Situation für einen vernünftigen Schutz der Privatsphäre sorgen? Welche Rolle spielen wir dabei? Welche Rolle spielen die Anbieter dabei? Und wo muss man den Nutzern einfach sagen, okay, das ist euer Risiko? Weil es kommt an einen Punkt, wo auch staatliche Aufsichtsbehörden, also gegen die Tatsache, dass das weltweit im Internet veröffentlicht ist und dass möglicherweise Kopien von dem, was sie hier eingestellt haben, was dann hier runtergenommen wird, auf den Fidschi-Inseln wieder auftauchen oder sonst wo, dagegen können wir auch sie nicht schützen, die Betroffenen. Das geht nicht. Das heißt, was wir den Nutzern als erstes sagen, ist auch, denkt zweimal darüber nach, bevor ihr irgendwelche Sachen online stellt. Stellt nichts online, was ihr nicht in zehn Jahren entgegengehalten haben möchte, möglicherweise in der Bewerbungs-Situation. Um auf die Frage zurückzukommen mit den Verhalten des Polizis, es ist eine vernünftige, also eine Sache, die auch gesetzlich festgelegt ist, ist, dass Anbieter verpflichtet sind, die Nutzer über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten umfassend und wahrheitsbetreu natürlich auch zu informieren. Das in einer Art und Weise zu tun, dass es auf die Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe zugeschnitten ist, ist eine große Kunst. Das muss man einfach mal sagen. Und da ist natürlich die Textform, das hatten Sie ja auch schon gesagt, ist eine Möglichkeit, den gesetzlichen Bestimmungen genügend zu tun, zumindest formal, ob das das gewünschte Ziel erreicht. Das ist eine ganz andere Frage. Mit den Videos finde ich eine großartige Idee. Ich glaube allerdings, da ist noch mehr Kreativität gefragt, auch bei den Anbietern. Ich würde zum Beispiel, das haben wir ja auch schon vorgeschlagen öffentlich, ich wäre sehr dafür, mal genau zu überlegen, inwieweit kontextsensitive Informationen hier eine Rolle spielen können. Also dann, wenn ich das Bild hochlade. Denn diese, wir wissen aus Messungen, die Anbieter gemacht haben, dass die Datenschutzbestimmungen, die irgendwo in Textform abgelegt sind, von einem verschwindend geringen Anteil der Nutzer gelesen werden. Akkusierenden Zahlen, die sind so braunvoll, dass ich sie gleich wieder vergessen habe. Die sind in der Mitte bereit. Das ist wirklich schlimm. Das heißt, das Formale allein, selbst wenn es dann den gesetzlichen Bestimmungen genügt, ist, wenn man diese Aufgabe ernst nimmt, sicherlich nicht genug. Und es muss, glaube ich, wirklich nach neuen Wegen gesucht werden, wie man diese Message auch über die Risiken, die mit einer Handlung eventuell verbunden sein können, an die Nutzer kriegt. Und da sind die Anbieter, das wollen wir auch nicht vergessen, so ein bisschen zwischen Bauch und Borg. Denn einerseits lebt ihr Geschäft ja auch davon, dass da möglichst viele Nutzer sind, die möglichst umfangreiche Profile veröffentlichen. Nur das erzeugt ja diesen Netzwerkeffekt, der das alles am Laufen hält. Das ist klar. Das heißt, ich merke eine gewisse Zurückhaltung nach wie vor, insbesondere was Hinweise auf die Risiken angeht. Und da würde ich mir eine offenere Informationspolitik der Anbieter wünschen. Dabei will ich es jetzt erst mal verwenden. Andere Aspekte können wir sehr lange ausführlich reden. Also ganz kurz eigentlich auf das Problem, dass sich dann zukünftige eventuelle Arbeitgeber sich das ansehen. Darauf haben wir ja beim Studi von Z, also ich sage jetzt mal wir, sind ja von der Firma, ja auch reagiert mit einer entsprechenden Sicherheitsseite, die nochmal extra für die Studenten erstellt wurde. Was mache ich in der Bewerbungsphase? Wie sollte mein Profil wirklich dann aussehen? Was sollte ich im Profil möglichst vermeiden? Also die ist jetzt auch ganz neu hinzugekommen. Und genau dasselbe stellen wir jetzt auch für die Schüler-VZ-Seite, eben hier wirklich Hilfe anzubieten auf das Phänomen, das wir natürlich jetzt auch erst so entdeckt haben. Eine weitere Nutzung, die wir beobachten, ist, dass Daten aus diesen Profilen in der Presse auftauchen. Ich nenne keine Namen. Sie tauchen in der Presse auf. Wahrscheinlich ein Verstoß gegen den Pressekodex, soweit ich das nachverzogen habe, aber gleichwohl. Die Unternehmen, die sich dem unterworfen haben, das sind in der Regel deutsche Medienunternehmen, das Internet ist ein globales Medium, da ist ein Scheumentor aufgemacht worden. Weitere Nutzungsmöglichkeiten, die sich am Horizont abzeichnen, sind das staatliche Stellen, insbesondere Geheimdienste, und das ist kein Witz, diese Daten nutzen. Das heißt, Sie können sich darauf einstellen, dass wenn Sie in ein großes befreundetes Land investieren, in der Reisendung, die da schon gegenwärtig allerlei Personenbezogene Daten verpassen, dass sie da rein sollen, dass irgendwann die Leute, die dort versuchen zu verhindern, dass bestimmte missliebige Personen einreisen, diese Datenbestände entdecken werden und anfangen werden, sie zu nutzen. Das ist bereits passiert. Es gibt entsprechende Aussagen des Geheimdienstkoordinators der USA. Ich bin davon überzeugt, dass andere das auch machen, ohne dass sie groß drüber reden. Aber das entwickelt sich alles, während wir hier sitzen. Das ist eine Sache, da sehen wir den Anfang von etwas und fangen zuerst an. Also, zwei Sachen dazu, jetzt ganz kurz so eine kontextsensitive Sache, die habe ich jeden Tag am Computer, wenn ich versuche, was zu löschen. Ich klicke auf löschen und saue so ein Explorer rum und dann kommt immer so eine Frage, wollen Sie das wirklich löschen oder nicht? Und die ist auch, und dann habe ich viele Lernplattformen oder sonst wo eingebaut, und dann klickt man auf löschen, ist es weg. Nee, da kommt immer noch ein kleines Fenster, eine kleine Frage, vielleicht sind da solche kleinen Sachen ein Baustein, der da helfen kann. Aber ich würde gerne kurz darauf eingehen, was Sie gesagt haben, wenn es um so moralische oder ethische Aspekte geht, da gibt es dort die eine, die Personen, die dort ihre Daten einstellen, da gibt es die Anbieter, und da gibt es aber noch die, die diese Daten nutzen, also die eigentlich weder Studi noch VZ sind, sondern die in einer Redaktion sitzen oder die Arbeitgeber sind und die jetzt versuchen, alles über die anderen rauszukriegen. Und ich muss sagen, das ist jetzt vielleicht eine sehr moralische Diskussion, aber das ist auch, finde ich, noch recht fragwürdig, was muss ich denn von demjenigen, der bei mir arbeiten will, wissen. Ich mache natürlich auch ein Vorstellungsgespräch und da frage ich Sachen, aber, ich bin ja kein Fachmann, aber wenn man mal jemanden mit Landschaftsvertreter fragt oder so, das geht auch nicht so ganz ohne Regeln. Also das heißt, da ist ein gewisses Regelwerk da, wenn man aber sagt, die dürfen oder die nutzen das, dann ist das auch eine gewisse Selbstverpflichtung für Personen, die da sind, Sie haben auch gerade von dem Kodex bei der Presse oder so geredet, den auch einzuhalten und ich finde, die sollte man aus der Diskussion, obwohl sie ja gar nicht greifbar sind, so richtig, irgendwie auch nicht ganz außen vor lassen und jetzt alles nur auf die Nutzer schieben und den, du darfst dich nicht reinmachen, weil wir alle sind böse. Den Daten eins zu eins zu glauben, wer, ich glaube, so dumm sind, Personal oder nicht und umgedreht, ich kann ja mit Fingeridentitäten dort auftreten. Also ob dieses Opfer-Täter-Verhältnis so stimmt und ob uns diese Vorstellung, dass wir immer, oder dass unsere Klienten oder die, für die wir zuständig sind, immer die Opfer sind, das kann auch zu einem Lähmungseffekt führen. Ich kann ja auch in vielen Identitäten auftreten und dann habe ich wie Rumpelstilzchen, solange ich nicht entdeckt wäre, viele Möglichkeiten zu leben. Also ich denke, man soll sich von einem großen Bruder-Gedanken auch nicht nehmen lassen, wenn man sagt, naja, ich bin Umstände oder Geheimdienst, sie sieht sowieso alles, naja, dann sie das halt. Entschuldigung. Das ist ja genau dieses Totschlagargument, was sozusagen die Sensibilisierung so schwierig macht für das Problem der Datensicherheit. Also zum Beispiel der Acker-Vorratsdatenspeicherung, der im letzten Jahr recht aktiv und teilweise auch erfolgreich gearbeitet hat und gegen diese Totalüberwachung seiner Bürger hier sozusagen gekämpft hat, wird natürlich immer wieder genau vor dieses Argument gestellt. Also es ist mir doch egal, wo ich mit Helse telefoniert habe und wo ich mit Hermann telefoniert habe. Das ist genau das Totschlagargument, was sozusagen genau diese Arbeit von Herrn Mörs und auch von anderen Leuten, die versuchen, Medikompetenz zu sensibilisieren und überhaupt darauf aufmerksam zu machen, unabhängig von diesen grottenschlechten Anklickzahlen der AGB ist. Ich muss ehrlich sagen, ich mache es auch nicht, ich gehe darüber weg, sage ja, weil sonst komme ich nicht weiter, also mache ich es so. Mein Film kommt natürlich in irgendeiner Haufen Zeit. Und das, da muss ich jetzt mal auch ganz klar sagen, da muss man auch vorsichtig sein mit solchen Argumenten in der Öffentlichkeit, glaube ich. Darf ich schnell wieder sprechen? Okay, das soll ja ein bisschen erinnig werden. Sie haben jetzt gerade zwei Dinge miteinander verbunden. Wir haben von diesen Plattformen, von sozialen Netzwerken geredet und Sie reden davon, dass dieser Staat momentan eine Gesetzgebung verabschiedet hat, die die Speicherung meiner Daten erlaubt, und zwar ein halbes Jahr lang. Und darauf kann er zugreifen oder kann er Zugriffe erlauben nach seinen Wünschen oder nach den gesetzlichen Maßgaben. Es ist aber ein großer Unterschied, was der Staat darf, also die Freiheit der Burkhard Hirsch hat gesagt, es gibt momentan kein Verhalten mehr, mit dem ich mich als Bürger davor schützen kann, dass der Staat mich überwacht. Das ist eine völlig andere Ebene. Die Sensibilisierung dafür, dass Herr Schäuble viel zu weit geht und dass die Vorratsdatenspeicherung, ich meine, auf alle Fälle nicht legitim ist und ich hoffe, dass es rauskommen wird, dass es nicht legal ist. Ich wäre mir zu den Klageführern gegen diese Gesetzgebung. Aber das darf uns natürlich nicht daran hindern, sozusagen selbstbewusst die Medien zu nutzen und es auch umzutreten. Ja, gut, dann haben wir uns, dann war das jetzt vielleicht ein kleines Missverständnis, aber ich musste das an dieser Stelle nochmal, weil das kam zu mir so gegenüber, jetzt noch egal, ob der Geheimdienst alles von mir weiß. Also spätestens dann nicht egal, wenn ich am Migration Point in New York stehe und sage, scheiße, Pech ihr habt. So, sechs Stunden Flug umsonst. Na ja, Frau Bohnkart ist leider nicht mehr da, er hat es ja vorhin angesprochen mit der Pseudonymen Nutzung, ob die möglich sein sollte oder nicht, die sollte ja möglich sein, wobei einige AGBs das dann doch auch ausschließen, ich weiß nicht, wie das erste Sprache ist, SchülerVZ direkt an, dass man halt keine Fake-Accounts haben darf, sondern immer wirklich unter seinem Namen angemeldet sein muss zum Beispiel. Man muss nicht, also wir sagen schon, dass es erwünscht ist, aber es ist Kännis. Aber man muss sich ja in der Klasse und der Schule zuordnen direkt. Können wir das schriftlich haben? Ich nehme das mit großer Freude zur Kenntnis, weil es ist eines der Hauptstreitpunkte zwischen unserer Dienststelle und ihrem Unternehmen. Wir sagen, wir fordern seit ungefähr über einem Jahr, glaube ich, in allen Gesprächen, in jenklichem schriftlichem Kontakt, dass SchülerVZ, StudiVZ es ermöglicht, dass Leute dort unter Pseudonym auftreten, also nicht unbedingt, nicht unter ihrem Echtplaner. Das ist klar. Warum man da unterscheiden muss, weiß ich nicht. Aber ich nehme mit Freude zur Kenntnis, dass die Idee des Pseudonymen auftreten, dass die mittlerweile Eingang gefunden hat in die Art, wie ihr Geschäftsmodell bestätigt ist. Weil das halten wir für wirklich einen Kernpunkt. Eine der, damit kann man nicht alle Nutzungsmöglichkeiten in Anführungsstrichen erschlagen, das ist völlig klar. Ich würde auch nie Nutzer zwingen wollen. Ich würde nie sagen wollen, ihr dürft nur unter Pseudonym auftreten. Ich finde allerdings, und so ist es auch gesetzlich vorgesehen, dass die Nutzer selber entscheiden können müssen, ob sie in dem Profil unter ihrem echten Namen auftreten oder unter einem selbstgewählten Pseudonym. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Damit gehen natürlich bestimmte Dinge, wenn ich ein Pseudonym wähle, gehen bestimmte Dinge nicht mehr. Also ich kann nicht mehr von Freunden von vor 20 Jahren gefunden werden. Das muss sich der Nutzer dann selber überlegen. Aber ich finde nicht, dass das ein Anbieter für mich entscheiden sollte. Diese Entscheidung möchte ich als Nutzer gerne selber treffen. Abgesehen davon gibt es eine gesetzliche Verpflichtung, das Angebot unter Pseudonym, also die Wahrnehmung des Angebots unter Pseudonyms zu ermöglichen. Ich weiß nicht, ob es dazu jetzt gerade noch einen Kommentar gibt, so zu diesen mobilen Geschichten, die alles noch aufzeichnen, so geotaggen oder so, sonst können wir auch gerne mal Fragen aus dem Publikum mit annehmen. Ich hätte noch die Frage an die zwei Jugendlichen Nutzer, inwieweit sie sich Gedanken über die Risiken machen, beziehungsweise inwieweit das ihr Verhalten beeinflusst oder eben nicht oder keine Ahnung, wie sie sich in der zweiten oder in der sozialen Ausgabe haben. Also, ich gebe da wirklich sehr wenig vom Geschrei. Das StudiVZ ist mein Name drin, meine Freunde, die ich da habe. Und bei mir steht eigentlich so gut wie gar nichts drin. Oder eigentlich, ja, es steht gar nichts drin. Ich habe ja noch bei MySpace einen Account, aber auch nur meine Musikgebiete herum zu präsentieren. Und ich passe da schon auf, weil ich möchte auch gar nicht, dass man nicht weiß, wer ich bin, sondern so ein bisschen beziehen. Weil ich finde, dadurch geht ja auch so ein gesellschaftliches Leben um mich und kaputt. Wenn man die Menschen nicht mal draußen kennenlernt, sondern über das Internet und sowas nicht traurig. Da soll ich lieber draußen kennenlernen und nicht im Internet. Da finde ich es viel persönlicher und viel, ja, finde ich besser. Ja, also ich persönlich achte da sehr drauf. Viele meiner Freunde tun es auch. Also keine indiskreten Fotos oder persönliche Texte, vielleicht die man geschrieben hat, Bekenntnisse oder was weiß ich. Also ich denke, dass da schon viele Jugendliche darauf achten. Besonders die Leute, die sich halt auch damit auseinandersetzen mit dem ganzen Thema Datenschutz. Ist ja auch unter Jugendlichen ein Thema ab und an. Und also ich denke schon, dass da drauf geachtet wird. Zwar werden nicht die AGBs alle gelesen, aber es wird auf jeden Fall drauf geachtet. Besonders bei Fotos. Das ist ja doch dann auch für den sozialen Status innerhalb der Jugendlichen Gemeinschaft irgendwo von Bedeutung ist. Und ich wollte noch vorher zu Ihnen sagen, Sie meinen, es geht darum, sich gut zu präsentieren auf der Schüler- oder auf seiner Profilseite. Und das ist Unternehmen dann ja eigentlich positiver, ein positives Feedback bekommen, als der Mensch eigentlich ist. Es ist nur die Frage, welche Standards sind positiv. ein Jugendlicher hat andere positive Standards, der findet sich cool, wenn er, was weiß ich, auf der Party mit 15 Mädchen getanzt hat und im Unternehmen findet das total negativ. Vielleicht. und ja, das ist also komplett andere Standards, der die sozialen Verhältnisse oder den sozialen Status einfach veränderlich machen und daraus sogar aus der Perspektive Welt aufbauen, das hat an. Eins kann ich noch fragen, und zwar, bislang ist der Unterschied jetzt nicht aufgetaucht. Es gibt doch keinen Zwang, die Gruppen, die nicht angehören, dass da Fremde rein können. Ich kann nur auch Gruppen privat machen. Also die sozialen Netzwerke kann ich doch nutzen, indem ich die Gruppen geschlossen halte. Oder umgedreht, es gibt die Option, unsere Gruppe oder die Gruppe, die ich angehöre, die ist öffentlich. Also die Option entsteht doch. Wird die genutzt? Teilweise. Also meistens ist es ja so, dass es Moderatoren gibt von den Gruppen oder die Gründer selber. Und meistens ist es so, dass es grob gefiltert wird, aber wenn der, was weiß ich, Junge A macht eine Gruppe und ein hübsches Mädchen will sich anmelden, da guckt er nicht nach, was für ein Profil sie hat, sondern lässt er einfach rein, um mit ihr in Kontakt treten zu können und als der nette Moderator aufzutreten. Und nicht, fehlte das nicht nach, was weiß ich, nach vernünftigen, Anschauung des Profils. Also die Möglichkeit besteht, aber sie wird nicht in dem Sinne genutzt, als dass man sagen kann, alle Gruppen sind komplett abgeschottet, die abgeschottet sein wollen, innerhalb des Verzeichnisses. Ja, noch Fragen? Dann kann ich vielleicht selber noch eine stellen. Bitte? Kann ich vielleicht selber noch eine stellen. Mich würde mal interessieren, die Nutzung von StudiVZ oder die anderen Geschäftsbedingungen als SchülerVZ, die habe ich nämlich in den letzten Tagen auch zur Vorberatung dieser Tage gerade erst gelesen, es ist keine Möglichkeit, ein Profil im Säulen zu nutzen, bei StudiVZ. Das funktioniert nicht, das ist nicht gewünscht. Wie kann ich denn garantieren, oder wie kann ich mir selber garantieren, dass die Migration von StudiVZ zu meinem VZ, was ja für Erwachsene ins Berufsleben gewünscht ist, verhindert, dass mein Datenprofil mir jahrelang hinterher schreift. Wenn ich den Datenschutzbeauftragten ernst nehme, müsste ich ja sagen, ich kann das nur bezeugt werden, nutzen dürfen, damit das nicht der Fall ist. Das ist für mich so ein Graubereich. Einerseits verzichte ich dann natürlich auf Nutzungsmöglichkeiten, ich kann nicht gefunden werden, etc. Aber andererseits ist es auch möglich, meine Spur irgendwo so relativ unsichtbar zu halten, und dass ich nicht permanent auftauche, ohne über Jahren verfolgt werde. Also ich kann gar nicht so wahnsinnig viel darauf reagieren, weil ich mit dem StudiVZ an und für sich selbst als Klappform eigentlich fast gar nichts zu tun habe, sondern wirklich konzentriert durch SchülerVZ arbeite. Ja, viel mehr kann ich darauf reagieren, von meiner Seite zu mir nicht. Ich hätte noch eine Frage an die Nutzer nochmal. Wenn du sagst, du achtest schon darauf, was du dort einstellst, welche Daten, woher kommt dieses Bewusstsein? Denn es ist anscheinend bei denen möglich, die Lüse, dass du das für die Öffentlichkeit, durch die Schule, woher hast du dieses Bewusstsein? Na ja, also wer sich sagt ja auch, ein Großteil sind Gymnasiasten, also aus der oberen Bildungsschicht halt, und wenn man sich auf dem Laufenden hält und im Netz unterwegs ist, im Web 2.0 jetzt, dass man da wirklich Spuren im Cyberspace hinterlässt, da macht man sich natürlich Gedanken, wer könnte das lesen, könnte das vielleicht meine Eltern sogar finden, was weiß ich, wenn da irgendwelche Geschichten drin sind. Also ich denke, das ist einfach ein natürlicher Gedankengang, der jeder Mensch irgendwie hat, wie kann ich mich vor Unerwünschten kontaktieren, zum Beispiel schützen, oder wie kann ich halt verhindern, dass mich irgendjemand findet oder lokalisiert, sogar mein Wohnort vielleicht rausfindet, ohne dass ich das überhaupt will. Also ich denke schon, dass da einfach aus moralischer Sicht ein Bewusstsein da ist, das natürlich von den Eltern vermittelt werden muss, und hoffentlich auch wird. Und das ist halt eine große Frage der sozialen Schicht auch ist. Also würdest du sagen, es kam bei dir durch das Elternhaus, durch den Anbieter, also musst du durch den Anbieter einer Plattform drauf hinwiesen, hast du dir dadurch Gedanken gemacht oder wurde es in der Schule mathematisiert oder woher kommt das? Also es machen ja anscheinend viele nicht sich darüber Gedanken. Also in der Schule kommen ja ab und zu so ein paar unbeholfene Ansätze von Lehrern, die sich versuchen da hineinzuversetzen, aber letztendlich dann auch nicht richtig den Kontext greifen, weil sie halt selber überhaupt keine Erfahrung haben mit solchen Communities. Ich glaube, bei mir kam es vom Elternhaus und ich glaube auch, dass es bei vielen anderen so ist, dass, auch weil die Eltern selber noch nicht so vertraut sind, uns sagen und ein bisschen misstrauisch sind, ja pass mal auf, was du da reinschreibst und vielleicht auch über den Rest der Familie preisgibst, ohne dass du es eigentlich willst. und ich denke einfach, dass es eine Erziehungssache ist. Klar, wer weiß, seine Eltern sind von morgens bis abends arbeiten und sind eh nicht zu Hause, wenn ich wach bin, dann, klar, woher soll man das dann lernen? Ich denke auch, das ist eine Erziehungssache, die früh beginnt mit dem Elternhaus, dann in der Schule natürlich auch gefördert werden muss und letztendlich beim Anbieter dann nochmal groß unterstrichen werden sollte. Also vielleicht kenne ich auch direkt was zu sagen. Ich denke, es gibt einfach auch selbst in unseren Kreisen, die es eigentlich besser wissen, oder die es wissen sollten, wie die Technik funktioniert, die es auch wissen, gibt es auch immer die Leute, bei denen ein Dienst ist das Glas halb leer, bei denen anderen halb voll. Und genauso das Gleiche ist es auch bei der Nutzung von Gratisdiensten im Netz. Dann gibt es halt die einen, die sagen, naja, wenn mir da jemandem was umsonst anbieten will, kostenlos, dann bin ich erstmal skeptisch und die anderen sagen, hey, ist doch toll, wenn mir da jemandem was umsonst zur Verfügung stellen will. Und dann ist das so eine generelle 50-50-Sache ungefähr bei den Leuten. Und wie weit es denn nochmal wirklich dann nachgefragt wird oder wie weit die Fähigkeiten da sind, so Sachen genau zu hinterfragen. Also wer bietet mir eigentlich was, wofür an, was gebe ich dafür von mir Preis oder was gebe ich dafür her. Da bedarf es dann schon nochmal einer gewissen kritischen Grundhaltung und auch einfach den Fähigkeiten und dem Wissen, so Sachen auch mal nachzuforschen, und auch vielleicht mal ein bisschen eine anspruchsvollere Zeitung zu lesen oder auch mal im Internet selbst zu recherchieren. Und es ist dann schon auch wieder so eine Meldungsgeschichte. Ja, noch Fragen? Ja, ich hätte noch einen Gedanken oder eine Idee. Ich weiß nicht, ob wir uns soweit schon diskutiert haben. Wir reden viel über, ich sage mal, peinliche Dinge, die dann vielleicht im Netz stehen und Arbeitgeber sehen könnte. Wir wissen, ich stelle fest, im Schüler vor Z. anscheinend nicht, dass solche Profile gerne genutzt werden von der Werbewirtschaft, die dann da erkennen, was vielleicht interessante Angebote sind. Wie sieht denn das, wird darüber nachgedacht, hier vielleicht ein Kollege von Frau Kasper oder ein Landschutzbeauftragter, was all die Scoring-Methode angeht. Also ich denke mal, die Schufa wird irgendwann Interesse finden und das in Scoring eingehen lassen. Infoscore macht für den Versandhandel was ähnliches oder der Vermieter um die Ecke fängt mal an nachzugucken, was er denn da so alles hört. Also ich denke, das strahlt noch viel weit. Gibt es da irgendwelche Gedanken schon? Ja. Das Schöne an der Verarbeitung Personenbeziehung der Daten ist, dass sie nie alle Nutzungszwecke, denen ein Datum zugeführt werden wird, vorhersehen kann. Also Sie haben gerade zwei genannt, auf die ich noch nicht gekommen bin. Aber klar, diese Daten sind öffentlich zugänglich und je bekannter das wird in den verschiedenen Gruppen der Bevölkerung, desto mehr werden die auch von anderen genutzt werden. Ob die das dürfen, steht nochmal auf einem ganz anderen Wert. Aber man wird es praktisch nicht verhindern können, dass zum Beispiel der Vermieter, sehr gutes Beispiel, möglicherweise mal guckt, was denn der Wohnungsbewerber neben Schufa-Auskunft und was man heutzutage sonst da alles vorlegen muss, was denn so in seinem Profil bei Facebook, StudiVZ oder sonst wo steht. Spätestens dann, wenn Holzbrink, StudiVZ abstößt und an Navato, an Berthesmann verkauft, dann sind die Daten auch mit den Nachsenderträgen der deutschen Post verknüffbar und dann kann man das Wurst wieder machen. Das wollen wir nicht hoffen. Aber selbst, also das ist auch ein interessantes Szenario, aber selbst wenn wir solche Szenarien mal außen vor lassen, klar sind. Das Einzige, was man wirklich mit Sicherheit sagen kann, wenn Daten einmal da sind, finden sich dafür Nutzungen. Und zwar auch solche, die zunächst gar nicht evident sind, die derjenige, der es geplant hat, möglicherweise gar nicht beabsichtigt hat oder auf der Pfanne hatte. Die Daten sind da, es gibt jede Menge kreative Menschen auf der Welt, die das irgendwann sehen und sagen, dann könnte man doch auch das und das machen. Und da, das sagte ich ja vorhin schon, stehen wir am Anfang, ganz am Anfang an ein Wittgen-Mitglied. Ja, ich könnte es jetzt noch weiterspenden und wenn dann sie die Bilder mit dem GPS-Empfänger losschicken und Google Earth einstellen, dann ist es komplett. Das ist das Nächste, was kommt, klar. Dass diese Anwendungen auch mobil werden, und das ist ja alles in der Planung, wo auf einmal Aufenthaltsinformationen, die ja rudimentär jetzt schon in einem dieser sozialen Netzwerke vorhanden ist oder eingetragen werden kann, sodass möglicherweise mit einem Mobiltelefon oder sonst irgendwas, das ein GPS-Chip drin hat, verknüpft wird, sodass sie jederzeit sehen können, dass alle jederzeit sehen können ihren Profil, wo sie sich gerade aufhalten. Technisch durchaus denkbar. Ja, gibt es noch Fragen? Sonst. Optimistische. Ich kann jetzt mal, ja, wir können eine kleine, wir werden hier zum Schluss eine kleine Optimismusrunde machen oder so eine kleine Wunschrunde. Vielleicht, wer noch was sagen möchte, so zum Schluss oder einen kleinen Wunsch äußern, wie es weitergehen sollte oder was Sie sich wünschen würden? Nachdem ich so eine nachdenkliche Note reingebracht habe, vielleicht ein bisschen was Optimistisches dazu auch, ja. Ja, also jetzt, ich bin ja auch Vertreter eines Technologieunternehmens, der hat gesagt, das ist nun mal mit Technologie so, ja. Die kann immer so und so genutzt werden. Insofern denken Sie, sind solche Foren wichtig, ist Schule unheimlich wichtig, ja, einfach darauf hinzuweisen, ich sage auch mal, sich wirklich Übungen zu überlegen, wo Kinder das mal erfahren und spüren. Hups, was ist denn da passiert? Ja, so aus dem Stand finde ich keine raus. Ja, aber, dass Sie einfach ein Erfahrungswert damit haben und dann denken Sie kaum nicht mehr nach als dieses typische, sind Sie damit einverstanden, das, klag, klicke ich das weg, weil ich will da jetzt dran, ja, ich will das nicht lesen und sagen, du willst das gar nicht da jetzt sehen, ja, ist ja mein Spaß weg. Also, aber wenn ich die Erfahrung hatte, ja, und das kann sowas helfen und ich glaube, solche Dinge bringen, natürlich, dann denke ich zweimal drüber nach und dann kommt vielleicht auch ein bisschen was anderes rein, was ich da reinstehe. Also, direkt dazu, eine Sache, die ich in meiner sechsten Klasse gemacht habe, wir hatten mit dem PowerPoint und so weiter und auch mit Moodle, der Lernplattform und mit dem Moodle kann man sich auch kleine Mitteilungen schreiben und das habe ich eigentlich gar nicht so publiziert, die Mädchen, aber ich würde schon mal in der Welt haben es sofort rausgekriegt, dann kann man Mitteilungen schreiben und so, fängt an zu schreiben und dann dürfen wir das, sage ich, du, das ist jetzt alles wieder hier intern, das könnt ihr ja machen, ja, könnt ihr ja machen und ich hatte Ihnen auch vorher mal so einen Film gezeigt, sowas ähnliches wie das und aus der Abendschau mal sowas, wo so ein Daten so, das geht irgendwie alles hier rein und da raus, also das kam natürlich gar nicht an und dann, nachdem die so eine Viertelstunde, halbe Stunde da miteinander Mitteilungen geschrieben haben, habe ich gesagt, naja, ich habe ja gesagt, das ist ja ein Lernsystem und da wird ja auch aufgeschrieben, wer jetzt was gemacht hat, das wussten sie, also so aus Tests und so in Moodle, und dann sage ich, jetzt kann ich auch gucken, was ihr euch geschrieben habt, dann war es genauso, still wie jetzt, das war ja alles komisch und dann hat gesagt, okay, dann wollen wir mal gucken, wie wir, mal schauen, Moodle kann man den Profilherrin aufrufen, Vivian hat jetzt hier zu Franco Kontakt aufgenommen, hallo, wie geht's, ja, mir geht's gut und das fanden sie nicht schön, also das hat die nicht gefallen, erst mal fand sie es überraschend und sie hätten doch bitte auf jeden Fall gerne gewusst, dass das, sie dürften doch, aber sie haben es und dann kamen wir noch solche Sachen nämlich in Gang, ja, man darf es, aber man macht vielleicht nicht alles, was man darf, unbedingt, weil es dann vielleicht doch nicht so gut ist und solche Sachen kamen in Gang, aber so schon ein bisschen Schocktherapie, aber ich würde gerne noch mal was optimistisches sagen, vielleicht zum Abschieb oder zum Abschluss, also abgesehen davon, wenn man jetzt überlegt, was da für schlechte Sachen alles reingegeben werden, das erlebe ich, also die Zwölfjährigen auch mit unheimlichen Kraft und Energie Sachen herzustellen, zu produzieren, das ist auch in meinem Workshop jetzt gesagt eine ganz wichtige Sache, produktiv tätig zu sein mit den Medien und ob da nachher in so einer Profilseite ein bisschen mehr drüber drinsteht, was man über sich eigentlich vielleicht nicht preisgeben wollte oder nicht, finde ich nicht unbedingt so, denen die große Überschrift, sondern mir macht das eigentlich ganz tollen Spaß, mit den Kindern zu arbeiten, denen macht es Spaß, sicherlich auch dann mit Lehrern, die da auch gut mit klarkommen, aber es ist eigentlich auch ein ganz großer Gewinn, auch für die Schule und für das Lernen, was nämlich, weil wir haben vorhin noch festgestellt, das ist eine Querschnittsache, die da passiert, das ist ja nicht das Thema Medien, mit der Computer ist nicht das Thema, sondern mit dem kann man ja so viele Sachen umsetzen, dem kann ich ja in verschiedenen Fächern, Lernbereichen und so weiter arbeiten und der Spaß, mit dem die Kinder rangehen, ist eigentlich das, was eine ganz wichtige Sache ist und was ja denke ich auch dann trägt, um sich nachher später aktiv damit auseinanderzusetzen, so wie viele Leute, die ja auch hier sitzen, die meisten würden glaube ich hier nicht sitzen, wenn sie nicht irgendwie auch Spaß an der Sache haben. Ich wünsche mir eigentlich so einen kleinen nächsten Unfall, so wie Herr Schäuble finde ich ein Unfall war, der aber gute Folgen hatte, weil wenn er die Idee mit dem Bundestrojaner nicht gehabt hätte, gäbe es diese Diskussion um den Datenschutz in dieser Schärfe und Aktualität nicht, es gäbe auch keine Klage dagegen, also ich glaube, wir brauchen eine Reihe von Unfällen, die ein öffentliches Aufsehen erregnen. Das ist nicht zynisch gemeint, aber ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, dass es überhaupt funktioniert. Ich habe neulich einer Kollegin von Ihnen das unangenehme Angebot gemacht, ich suche nur nach einem Selbstmordattentäter. Also eine Plattform wie Sie, die einfach mal hergeht und alle Daten zum Beispiel an die Bittzahlung verkauft oder sonst jemand. dann wäre das die ultimative Maßnahme, um allen Jugendlichen klarzumachen, was da laufen kann. Ich schlage es nicht wirklich vor. Es ist klar, und den Selbstmordattentäter finden wir auch nicht, aber es wird nur an Grenzverletzungen und Grenzüberschreitungen funktionieren und ich wünsche mir Grenzüberschreitungen oder ich warte auf die oder hoffe sie, die weniger Schaden als Nutzen anrichten. Und ich habe gesehen, es gibt diese Grenzüberschreitungen, haben auch immer Nutzen, dass wir so viel über Recht auf persönliche ich stolpe mal im Wort auf Datenpersönlichkeitsschutz, Recht auf Informanz und Selbstbestimmung, dass es das gibt, ist aus dem Unfall passiert, wenn wir den Versuch des Volkes zu zählen, wieder mal damals. Und dass es jetzt ein Recht auf die Privatsphäre ausgedehnt bis in die eigene Computerfestplatte gibt, als neues Grundrecht, ist so ein Nutzen von einem Schaden, den wir hatten und den wir stark kritisieren müssen. Aber ich glaube nur über diese Grenzverletzungen, Grenzüberschreitungen gibt es eine gesellschaftliche Entwicklung. Ja, wir tun unser Bestes als Chaos Computer Club, an diesen Grenzüberschreitungen sozusagen damit zu helfen, was hier passiert auch. Und ja, klar, letztendlich ist es eigentlich traurig genug, dass wir als Chaos Computer Club auch fast die einzigen sind in Deutschland, als einzige Institution, die da überhaupt noch nachhelfen können und da wirklich aktiv sind. Wir wünschen uns eigentlich, dass es viel mehr von anderen Institutionen noch passiert, dass sich vielleicht auch mal Kirchen zu Wort melden oder sowas. Aber im Moment stehen wir da leider ziemlich allein noch weiter vor. Und uns ist es gar nicht so naheliegend, dass wir die einzigen sind. Wir würden gerne, dass es noch vor allem auch aus einer anderen Schicht der Bevölkerung kommt. Das ist einfach eine Bevölkerung, eine Bevölkerung ein ganz breites Anliegen ist, wirklich mehr Datenschutz-Privatsphäre zu haben und uns nicht einfach so dahin gleiten zu lassen und sagen, ja, ich habe ja mein Profil sowieso überall, sondern meine Daten, meine Privatsphäre ist mir wichtig. Und einen ganz vorsichtigen Trend können wir jetzt gerade ja abkennen. Vielleicht noch ergänzend, am 31. Mai gibt es einen bundesweiten Aktionstag, auch ausgerufen von AK Vorratsdatenspeicherung und da wird es wahrscheinlich in jeder größeren Stadt auch eine große Aktion geben. Für Berlin weiß ich nicht genauer, in Potsdam gibt es eine Fahrraddemo zum Beispiel. Datenstau auf der Datenautobahn, so als Motto. Also wer da was aktiv machen kann, AK Vorratsdatenspeicherung.de und dann am 31.05. auf die Straße gehen. Gut. Ja, ich denke von meiner Seite vielleicht ein kurzes Feedback auf Herrn Rosengard. Mich beeindruckt es jedes Mal, was Sie machen. Das ist beeindruckend auch im möglichen Sinne. Also das versteckt mich gar nicht mal um die Sprache. Ich finde es auch wirklich klasse. Ich wünsche mir aber auch auf der anderen Seite solche Erfolgserlebnisse, wie wir es jetzt auch mit unseren Videos für den Verhaltenskodex hatten, dass die Nutzer sich wirklich kreativ mit dem Medium auseinandersetzen, mit dem, was erlaubt ist und das nicht. Und ich würde Ihnen da auch noch mal als Herz legen, schauen Sie sich die Videos auch mal an. Das sind wirklich reine Ideen unserer Nutzer. Da kommt nichts aus unserer Feder. Das haben die sich einfallen lassen und unglaublich kreativ. Und ich denke, das ist auch ein ganz positiver Weg. Und wünsche mir natürlich auch, dass die meisten Jugendlichen, die das Medium sich bewegen, auch überwiegend positive Erfahrungen erstmal mitmachen können, um da auch an Sicherheit zu gewinnen. Denn es ist ja auch ganz entscheidend, wie man sich im Netz verhält, ob man sich da auch wirklich eine gewisse Sicherheit auch schon zutraut oder auch die Selbstwirksamkeit darin auch sich zutraut. Okay, auf der Republika hier, dieser Blogger-Tagung, die im April stattgefunden hat, gab es einen sehr spannenden Vortrag von dem Professor Schönberger, glaube ich, war es, der den Vorschlag gemacht hat, alle Daten in Zukunft mit einem Verfallsdatum zu versehen. Das heißt, man bestimmt selber, wann sich diese Daten automatisch löschen. Es müsste programmiert werden, ist aber bestimmt auch ein spannender Gedanke, der ja vielleicht auch irgendwann mal Furchte trägt. Okay, dann danke ich allen, die hier auf dem Podium waren. Ich danke Ihnen für das Erscheinen. Wir haben einen Weblog zu tagen, ich warte, ach, jetzt wird es nicht mehr gezeigt, datenschutzpunkt, nee, datenstreu.wordpress.com. Okay, datenstreu.wordpress.com. Wir können es auch per E-Mail nochmal an alle Teilnehmer rumschicken, wo wir so die Ergebnisse aus den Workshops auch nochmal veröffentlichen oder Präsentationen, die in den Workshops gezeigt worden sind. Sie können auch gerne kommentieren und Ihre Meinung nochmal sagen oder interessante Artikel, die Sie gefunden haben, dazutun. So ist es ja im Web 2.0. Ja, vielen Dank, dass Sie gekommen sind und einen guten Handweg und Ihnen auch nochmal Dankeschön. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.